gröner walter ist zum ersten mal dabei auch sie ist eine newcomerin aber man darf ihr durchaus zutrauen dass sie sich schon bald hier in dieser szene einen namen machen wird dass sie sich bald wird etablieren können mal eine taille extrem lange beine und ein austrainierter körper aber das gilt ja für alle die sich hier auf der bühne zeigen